Willkommen zur allerersten legendären Dino-starken Folge Second Extinction mit einem Mann, der Dino-Haufen ins Porzellan schmettern kann. Kreis! Immer viel Mais drin, ganz so toll. Ja, immer sehr viel Mais und Cashews. Und Mandelspritz, ne? Ja, sowieso Mandeln. Mandeln sind sehr schwer zu verdauen. Okay, wollen wir uns abseilen lassen? Seil sich ab. Einmal durch den Kreis da, bitte. Okay, einmal runter. Okay, erste Runde. Keine Ahnung, was uns erwartet. Kreis hat schon vorgespielt. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Kreis hat schon Level 2. Alter, krass. Und man braucht ungefähr vier Stunden für ein Level. Ja, genau. Wisst ihr Bescheid? Ey, wieso freut sich deine so? Ja, weil ich halt ne coole Sau bin. Dinos. Die Dinos melden. Boah, ey. Die Kapsel ist aber ein Krach, Junge. Uh. Alter, das sieht aber geil aus, gerade. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Für ein 20-Euro-Spiel. Ja. Let's get going, shall we? Shall we? Okay. Ja, da hinten. 250 Meter, oder? Alles klar. Vorsicht, hier ist ne warme Quelle, ne? Ich weiß nicht, wer da schon reingestrollt hat, aber hier pinkeln... Wahrscheinlich Dinos. Ja. Hier pinkeln Dinos rein. Komm mal hier, wenn ich hier abschmeck, warte. Schmeck mal. Ne, ist T-Rex. Ne, ist T-Rex. Da ist ne Drohne, die können wir mitnehmen. Knall die ab, die Drohne. So. Ich bekomme dauernd irgendwelche Tipps, aber... Ja, ja. Ja. Aber die bringen ja gleich so, weil... Kann ich ja doch. Wir können... Das Ding da oben können wir auch aktivieren. Aber da komm ich nicht hoch. Kommst du da hoch von der anderen Seite? Ich bin fett, also nein. Wow! Wow, Dino. Dino. Tippel nicht. Ich hab erstmal schön in die Fresse geschossen. Wie komm ich denn da auf die Radarstation hoch? Radar-Mike. Radar-Mike? Kannst du ein bisschen klettern, vielleicht. Guck mal hier. Ah, hier, ne, ne. Man slidet. Man slidet runter. Hintenrum, aber ich werd von Raptoren verfolgt, irgendwie, glaub ich. Ja, easy. Oder hier nur mit meiner Billo-Knarre rum. Ja. Alter, die Dinos sehen ja krass aus. Mal hinter mir. Hier liegt Munition und Ausrüstung an meinen sexy Booty. Alter, der hat mich richtig angejumpt. Okay. Wow, wow, wow. Was ist hier los? Es gibt noch mehr. Boah, die wollen's wissen. So, wo bekomm ich Ausrüstung? Wo bekomm ich Munition? Munition lag da auf dem Boden. Munition liegt hier noch rum, da. Wie nimmt man das ein? Ah ja. Einfach drauf, okay. Mit X. Alter. Broody. Komm hier runter. Komm hier runter. Hier oben ist Party. Wow, schau dir das an. Der halbe Mann. Also noch zwei Stück da. Wow. Okay. Amir. Rosie. Rosie und Amir. Ich kann ihm auch auf die Backen hauen, wenn ich will, ne. Okay, hier unten ist irgendwas. 90 Meter. Ach du, jemand verfolgt dich. Du wirst gechased. Suche nach dem Protokoll. Alter, ich hab dem Dino ein Stück weggeschossen. Du kannst dich richtig zerflattern. Was meinst du, wie die gleich, wenn ich hier mit dem Grenade-Launcher gleich in so ne Welle halte, was meinst du, wie die fliegen, ey? Wow. Richtig. Boah, ey. Mein Baby's out. Mein Baby's out. Achso. Ey, boy. Hinter dir. Ich mein, das Ding verzieht zwar ganz schön. Alter, guck dir das an. Hier, zack. Den Manschig. Den Manschi, ey. Da freut er sich. Manschimund, Mann. Oh mein Gott. Oben. Okay, warte. Ich glaube, hier was. Schön nochmal auf die Leiche drauf. Scanner läuft. Scan. Oh, ich glaube, der hat meine Unterwäsche gescannt. Der hat eine Unterwäsche gescannt und sagt, da ist was Braunes drin. Okay, das Ziel ist irgendwo in der Richtung, hat er gezeigt. Der Maiscanner war das, ne? Wow. Ach, der fliegt wieder weg. Ich hab' voll erschrocken. Ein T-Rex-Nest. Irgendwie hier so long, hat er gesagt. Ne, wir müssen jetzt nicht echt zu einem T-Rex-Nest, oder? Hier steht, geh zu einem T-Rex-Nest und hab' Spaß. Aber lass dich nicht, Shen Long. Oh mein Gott. Ist das hier, ist das hier das Nest? Wo? Ja, das, wo wir hinten, die Höhle. Ne, ne? Kann nicht sein. Das ist irgendeine Höhle, glaub' ich. Du musst dir wieder einen Scanner holen. Warte mal, ich mach mal wieder einen hin, dann kriegen wir wieder Hinweise. Achtung. Scan kommt. Mach' mal'n Scan, hier liegt Ausrüstung rum. Achtung, jetzt wird der Scan. Okay, hier ist der Respawn-Punkt freigeschaltet. Achtung, da kommen kleine Freunde. Ich zerleg' sie, Alter. Rosie und Donald, die kennt da nix. Okay, hier ist so noch Ausrüstung. Runter. Ich zeig' dir gleich den Weg. Ungefähr da, wo die herkommen. Alter, ich muss mich jetzt schon ein bisschen fixieren, glaub' ich, hier. Ich geh' mir mal hier so'n Päkeli mitgenommen. Ich gönne mir auch ein Stim. Du hast doch voll. Du bist doch voll. Nein, ich bin nicht voll. Echt? Boah, hier. Dino-Code. Ja, die... Eingesammelt. Guck mal, hier oben ist noch irgendwas. Können wir hier was machen? Drücke... Was? Nach oben und dann RT für Schubdüsen. Achtung, geht er weg, da kommt eine Schubdüse runter. Steht genau drin. Oh mein Gott. Steht genau drin. Ist doch keine Schubdüse, ist ein Scanner. Oder nicht? Schubdüse? Nein, du kannst auch Schubdüsen hier kriegen. Können wir das dann hochjagen, oder was? Haben wir... Sind das vier Schubdüsen? Ja. Ey, geil, Mann. Wow, Alter. Also, irgendwie hat hier alles Schmackes, ne? Ja, ja. Bam, bam, alles explodiert hier. Weißt du, was geil wäre? Ein Jetpack. Aber haben wir nicht, ne? Budget gibt keine Jetpacks her. Nee, ach, Jetpacks nicht, aber Schubdüsen für fette Container. Okay, du weißt, wo wir langen müssen? Na, ich schau' nochmal hier. Ich will mal in den Schlamm rein, das Ding. Uh, ey, das ist doch die Ruhe vor dem Sturm wieder, oder? Das ist doch die Ruhe vor dem Sturm. Ich glaub, gleich geht's richtig rund. Hier lang. Da lang, okay. T-Rex-Eier gibt's da hinten. Die schmecken halt besonders gut. Eier sammeln. Oh, nein. Du musst ins Eierloch. Warte, ich ford den Träger an. Ich geh mal rein ins Loch. Hier, nimm den Träger mit. Du kannst einen Träger mitnehmen, dann kannst du Eier sammeln. Da kennt das sich wieder aus, ne? Oh, was ist denn hier für ein komischer Rex-Nebel? Der Rex-Nebel, Junge. Oh mein Gott, hier liegt mein Vorgänger. Ich scanne mal. Oh, oh. Bruder Rex ist da hinten. Soll ich ihm geben? Gib ihn. Alter, was war denn das? Oh mein Gott, der zerlegt mich. Gar nicht gut. Mir geht's gar nicht gut. Unten im Hals ist er schwach. Oh, Alter. Gib ihm. Gib ihm. Ich schieße. Schön auf die Kehle. I'm running too hot. I'm running too hot, hat sie gesagt. Oh, Bruder Rex, Junge. Ich muss mich reißen. Renn weg, renn weg, renn weg. Reiß, renn weg. Ich steck fest. Mein Baby ist run dry. Ich muss mich reißen. Er flieht. Ich muss mich heilen. Er flieht. Gegen Rosie hat er keine Chance. Gegen Rosie, Alter. Nimm das, du Echsenfee, du schmutziges. Können wir ihn rausflotzen? Oh nein, er hat Verstärkung geholt. Hier explodiert alles. Ich schieße mit Bomben deswegen. Oh mein Gott. Au. Er matscht mich. Ich kann nicht sehen. Du musst raus. Was hat er hier für kleine komische Ab... Er traut sich nicht raus. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich gönne mir einen Stimulus. Vorsicht, Vorsicht Stimulus. Er hat seine Friends dabei. Was sind das für kleine Drecksviecher? Die können sich einbuddeln. Ist das so historisch korrekt? Das ist historisch vollkommen korrekt. Ich habe hier so Traps mal gemacht. Alter, ist der weggeflogen. Ich hole Ausrüstung, oder? Ich ruf uns Ausrüstung. Wir müssen... Wir wollen diesen Racks, oder nicht? Wir wollen den Racks, klar. Brauchst du noch Ausrüstung? Nö, nö, nö. Das ist gut. Ja, das sind auch Stimpaks und so drin, deswegen. Auch geht's mir gut. Ich habe dich geschlossen. Was haben wir? Es ist, wie ich überdichte. Oh, Baby ist überhitten. So. Gönnen wir dem Baby mal. Meine Nades bringen nix, Junge. Aber er ist super fleischig. Super meaty. Oh, er hat die Mauer zugemacht. Wow. Mir geht die Muni jetzt doch raus. Und der Elektro-Brüder mitgebracht. Ich schmeiße draußen Munition hin. Oder? Nein, 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 nein. Ich komme hier raus. Ich komme hier raus. Wow, da ist er. Er hat sich rausgewacht. Alter. Oh, Junge. Leck mich doch. Was für ein riesiges Monster-Mistvieh. Aber hier geht's rund. Mir fehlt Munition. Ich brauche Muni. Die Hitboxen ein bisschen größer machen können. Für die. Achtung, ich fordere hier auch mal Muni an. Ich hole Supplies. Boah, ich habe das Vieh voll weggejagt. Gib mir mal hier was. Aus der Kartusche. Boah, Junge. Und das war nur optional, den T-Rex. Wir spielen hier gerade auf ein Tutorial. Ja. Alter, guck dir das an. Wie das alles weg, Nussbad. Der Elektro-Boy hier. Der, der hier hat jede Partie. Was sind das für Drecksviecher. Haben wir gewonnen? Alter, hier ist ein Nilo gelandet. Ich habe es vergessen. Was hast du gemacht? Nichts. Boah. Dino-Blood. Dino-Blood. Okay, ich gehe mal Eier sammeln. Oder hast du Eier? Ich habe einen Träger platziert. Ich habe ein Ei schon drin. Eins? Eins habe ich drin, ja. Alter, was ist denn hier los? Was ist hier los? Ich weiß nicht. Die sind super aggro. Ich habe noch keine Eier gesammelt. Ich brauche einen Kuhlauf. Träger voll. Nur ein Ei geht? Ja, nur ein. Okay, Racks Eier sind aber auch ganz schön dick. Das sind richtig dicke Balls. Oh no. Alter, die konnten sich unsichtbar machen, diese Elektro-Dudes, ne? Half the amount, hat sie gesagt. Ja, ja, die Elektro-Dudes. Die sind super krass. Boah, aber ich habe mich gut durchgeshootet. Minigun ist geil, Mann. Hol dir noch einen neuen Träger. Für die Eier. Eier-Missionen sind immer gut. Was ist das hier, Alter? Hier steckt ein halber Dino im Boden und zappelt. Ich habe auch noch einen fertig gemacht. Alter, der T-Rex bleibt liegen, ne? Ja, ja. Direkt einen dicken Rex geholt, Junge. Da sind Profis am Werk. Verzieht euch! Du siehst aus wie so ein Fleischklumpen, Junge. Ja, ich bin ja auch voll mit Dino-Eingeweide. Oh, ich bin geschockt. Kreis, lass die nicht schocken hier. Richtig ins Auge. Drecksvieh. Zack. Okay, hol ein Ei und dann verziehen wir uns hier, oder? Bin dran. Ich frage mich, warum die hier so zusammenhalten. Alter, geil. Brutzelgranate. Hier, Brutzelboy, komm, wir müssen weiter. Warte, ich will den hier noch fertig machen. Das ist ein Dreckschwein. Wow, hast du gesehen, wie ich eben gerade abgehoben bin? Ja. Ein Ei noch. Warte. Ist drin. Nice. Hier kommt noch einer raus. Wie, das war die Mission jetzt? Boah, das war doch easy. Dote. Nein, Mann. Wow. Wow, was ist das? Was ist das? Wie wir den aber auch geben, ne? Aber, aber es ist auch geil, wie die so stürzen und fallen und so auseinanderfliegen teilweise. Aber ich will mal so eine richtige Ultra-Horde. Ja, warte ab, wir kriegen noch Horden. Wir hatten jetzt schon Racks. Achtung, ihr spermt hier durch den Ground. Ich bin anscheinend sehr gut mit Schlagen. Ich habe auch keine Scanner mehr. Hä? Achso, oh, da kriege ich einen Buff. Buff, ah. Ich bin gewundert, was ist das? Hier lang, oder? Oh, wie schnell wir sind. Achso, ist noch näher. Ich habe ja auch so Blitzgranaten-Ständer. Brauchst du noch Moon? Ich lege mal Moon. Kommt der nochmal am Ende irgendwas so? Normalerweise kommt nochmal eine Horde, wenn wir abhauen müssen. Nochmal Big Wave? Wie gesagt, das ist ja jetzt... Ja, das Tutorial. Drogenstufe Mittel sind wir nämlich jetzt schon. Alter, schau dir mal den Hafen da unten an. Vielleicht gibt es hier was Optionales, ne? Deswegen, du kannst ja hier Kram sammeln, um aufzusteigen. Deswegen kann man gucken, ob hier optional noch was ist. Das sind auf jeden Fall Dino-Freunde. Das Dino-Kollektiv ist da unten. Oh, hier ist auch schon ein bisschen... Achtung, Spucker. Alter. Alter, wie sie aber auch wirklich zerrissen werden. Das sieht schon geil aus. Empty. Was ist das denn für ein Ding? Der Große da. Was ist das? Wuh. Nicht so wie laut. Der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Das war ein Alpha-Raptor, Junge. Alpha, deine Mama. Ins Gesicht. Nett, ist es Piddy. Alter, ich hab ihm den Kopf abgeschossen. Also es kommt auf jeden Fall, wenn wir am Extraktionspunkt sind, auch noch ne Wave. Da kommt noch mehr. Siehst du die auch dann markiert, wenn ich scanne? Ja, ja. Ich seh die markiert rot. Okay, ja, ja. Da waren noch ein paar Spuckerlis. Das ist das Geräusch, ne? Wenn sie zerrissen werden. Das ist irgendwie erotisch. Aha. Ah, Last Magazine. Ah, Last Magazine, hat sie gesagt. Last Magazine? Last Magazine. Ja gut, gehen wir mal zum Punkt. Gehen wir mal zum Extrahierpunkt, he? Und lassen uns extrahieren. Ja, wir sind da weltweit bekannt für, ne? Für schnelle Extraktionen. Ach, man kann rutschen. Was? Ui, da ist noch ne Drohne. Immer mitnehmen, die Points. Alles klar. So ist aber next, oder? Ne, ich glaub nicht. Wir gehen da hoch, oder? Wie kommen wir da hoch, ist die Frage. Boah, schau dir hier mal an. Ein riesiges U-Boot, oder was ist das hier? Hier ist ne Raptor-Party. Raptor-Party. Ding-ling-ling-ling. Alpha Raptor ist am Start. Warte mal, ich hab doch hier noch Granaten. Warum explodieren meine Granaten nicht? Boah, Alter. Der ist voll in der Mitte zu stücken. Boah, der ist auch in der Mitte durch. Guck mal, hier hat der Elektrozaun. Da machen sie gar nichts. Ich könnte so ne Elektromaze machen. Ja, komm her. Da ist ein Alpha, guck mal. Hui. Hahaha. Oh, steht wieder auf. Oh, jetzt steht er nicht mehr auf. Sauber weggeholt. Wenn man in der Mitte ein großes Loch hat, steht man nicht mehr so schnell auf. Ne, da ist man irgendwie erstmal bedient. Da sagt man erstmal, nö, heute mach ich kein Sit-Up mehr. Nö, heute werde ich mir mal frei nehmen. Die machen ja gar keine Crunches, nun. Ich hab ja auch keine Bauchmuskeln mehr. Ha. Aber so, ich mein, dafür, guck mal, das erste Spiel von dem Entwickler. Mö, ne? Hatte ich nicht so viel Spaß, ne? Ah, das macht schon Bock hier. Es könnte etwas dauern. Wo? Du kannst mit RB pingen auch, dann, wenn du Sachen findest. Ausrüstung, okay. Ich muss mich mal eben fixen. Oh, ich brauch Muni. Eine Minute, Alter. Ähm, Boy. Die Broodis. Die Broodis, komm. Hier kannst du rausholen. Ich hab so ein Munitionskanister mal runtergedroppt. Alter. Alter, hier kommt. Hier kommt's, hier kommt's hart. Ich hab nicht so viel HP in die andere Menschen. Ist aus der Säuge raus. Boah, was war das, Alter? Da ist irgendein Container explodiert. Achtung! Stromband. Wo hast du hier hingemacht? Hier vorne. Ah, jo, geil. Ah, nee, das... Oh, haha. Da kannst du schön abpassen. Dreckschweine, die Alten. Ich find geil, wie hier alles so wuchtig ist, ne? Alles ist so wuchtig und aggressiv. Bam. Oh, die Elektrowand ist mega gut. Die werden wir später noch sicherlich dringend brauchen. Es kommt noch eine Elektrowand. Warte. Boah, die springen sogar gegen die Wand und so. Das ist mega nice. Wow, 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 wow. Doppel-Elektrowand. Wow. Teure Spucker überall. Oh, mein Gott. Wenn jetzt auch ein T-Rex kommen würde, ne? Alter, wie viel kommt denn hier? Alles dabei. Alles dabei. Ich schätze mal, bei der Bedrohungsstufe wird jetzt noch kein T-Rex kommen. Aber hier gibt's noch mehr. Anklusaurus, Priceratops. Hier gibt's auf jeden Fall richtig krass Krampf. Aggressiver Bronto? Ja, voll witzig. Aggressiver Riesenbronto? Oh. Ich bin am Boden. Wo? Hier, hinter dir. Schieß die kaputt, sonst kann ich mich selbst wieder beleben. Schieß die Kinos kaputt. Moment. Ich muss nachladen. Das dauert bei mir ewig. Okay, ich bin down. Das ist mein Lass-Magazin. Kann ich da noch irgendwie... Nee. Das hat jetzt sehr lang gedauert. Oh mein Gott, ich bin... Ich warte auf vier Eintritt. Draußen ist drin. Was? Wieso? Ich kann nicht. Tschüss. Ich muss da jetzt mal hinkaufen. Ich krieg keine Points. Du kannst gar nicht abhauen, ne? Ohne mich, glaub ich. Kreis, du musst da jetzt aber echt mal was machen. Mach mal eine Elektroband. Ich kann nicht. Ich muss 30 Sekunden auf wieder einen Trip warten. Okay, warte. Die campen alle hier. Die kommen an sich nicht ran. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin am Shuttle. Amir, ich komm zurück. Wo bin ich? Ja, ja, da bin ich. Geh da rein. Okay, ich bin drin. Okay, wir gehen. Oh. Oh. Alter, wir haben Eier extrahiert. Ich hab den Sack voll Eier. Alter, das war eben gerade am Ende. Ich mein, das war jetzt hier Schwierigkeitsgrad-Tutorial. Aber stell dir mal vor, wenn wir richtig schönen Saft haben. Aber guck mal, wir haben ein paar Seenungen und Proben. Krass. Ein Stern. Schlechter. Weil wir lange gebraucht haben, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja, ja. Gesammelte Materialien. Jäger, 29. Rex, zugefügter Schaden. Rextöter. Assassine. Statuseffekte, 124. Okay, da gibt's ja voll viel Zeug. Ach so, guck mal, wenn du Missionen machst, quasi, wenn du jetzt nach Voltus links gehst, das ist ja rot. Ne, wir haben jetzt da beim Altumtal. Ja, wir waren jetzt hier im Altumtal. Das heißt, du musst theoretisch Orange nehmen und da gewinnen, damit dann die Bedrohungsstufe dort sinkt, quasi, ne? Ah. Okay. This is how it works. I think so. Ich mein, wir haben unsere erste Mission gerissen. Wir werden weitere Missionen machen und Dinos manchen. Es war schön, wir haben T-Rex erledigt. Geil, Alter. Haben wir schon ins Mund gegeben. Ab ins Mund. Gut, lass eine Bewertung da. Und Ei genommen. Wir werden eine weitere Folge aufnehmen. Tomorrow. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschö. Wiedersehen.